Die Ermittlungen zur Ursache des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore mit 14 Todesopfern laufen auf Hochtouren. Neben dem Kabelriss muss die Staatsanwaltschaft der piemontestischen Stadt Verbania, die mit den Ermittlungen beauftragt worden ist, auch prüfen, warum die Notbremse der abgestürzten Seilbahnkabine nicht funktioniert hat. Der Notruf nach dem Absturz der Gondel ist gegen 12.15 Uhr eingetroffen. Eine Person, die das Unglück beobachtet hat, hat Alarm geschlagen. Zwei Hubschrauber des regionalen Rettungsdienstes sind eingesandt worden. Zwei Hubschrauber des regionalen Rettungsdienstes sind entsandt worden. Die Retter haben die einzigen beiden Überlebenden geborgen. Zwei Buben im Alter von neun und fünf Jahren. Sie wurden mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Regina Margarita in Turin transportiert. Hier ist der Neunjährige gestorben. Das zweite Kind kämpft noch um sein Leben. Die Gondel der bei Touristen beliebten Seilbahn ist nach Angaben der Behörden am Sonntag auf dem Weg von der Kleinstadt Stresa zum Gipfel des Berges Motaron unterwegs gewesen, als sie gegen Mittag aus rund 20 Metern Höhe abgestürzt ist. In der Zwischenzeit sind die Bodenteams der alpinen Rettung eingetroffen und setzen die Bergung der Leichen fort. Zitat, es war in Wien nach einem Kriegsschauplatz. In 25 Jahren habe ich noch nie so etwas erlebt, betont der Leiter der Alpinrettung in der Provinz Verbania, Matteo Gasparini. Der italienische Verkehrsminister Enrico Giovanni besichtigt am Montag den Unglücksort. Er leitet ein Treffen mit dem Zivilschutz und kondoliert den Familien der Opfer. Die Tragödie am Lago Maggiore weckt in Italien Erinnerungen an ein weiteres Seilbahnunglück in Norditalien im Jahr 1998. Ein US-Militärjet ist damals im Tiefflug mit einem Kabel einer Seilbahn eingeklappt, die die Kavalese mit dem Höring gelegenen Skiort Kermis mit Trentino verbunden ist. Mit dem Seitenleitwerk des Flugzeuges wurde das Tragseil der talwärtsfahrenden Kabine durchtrennt. 20 Gondelinsasen sind in den Tod gerissen worden. Unter den Opfern ist auch ein 37-jähriger Wiener und eine gebürtige Innsbruckerin, die in Brixen gelebt hat. Ein weiteres Todesopfer stammt aus München, hat aber zuletzt in Wien gelebt.